Werte Gäste, ich freue mich, Sie an diesem Tag hier in Sonneberg bei PIKO begrüßen zu dürfen. Heute feiern wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der PIKO, die Eröffnung unseres Flagship Stores. Fast ein Dreivierteljahre hat es gedauert, doch lassen Sie mich so viel vorweg nehmen, das Warten hat sich gelohnt. Der PIKO Flagship Store ist für uns nicht nur ein Laden, in welchem Sie und unsere Kunden aus der Region etwas einkaufen können. Wir öffnen heute ein Vorzeigegeschäft, welches unseren Standard für die Präsentation von Modellbahnen repräsentiert und an welchem sich zukünftige Fachhändler, aber auch der Markt im Allgemeinen orientieren kann. Wir möchten mit dem Flagship Store neue Maßstäbe für den Modellbahnhandel setzen. Die Leidenschaft für die Modelleisenbahn reicht von der ersten Idee für ein neues Modell über die vorbildgerechte Konstruktion bis zur detaillierten Ausgestaltung einer Anlage und der minutiös eingerichteten Sammlervitrine. Uns ist es ein Anliegen, dass der Präsentation und dem Verkauf der Modelle ebenso viel Hingabe und Sorgfalt geschenkt wird. Und jetzt möchte ich Sie nicht länger warten lassen. Hiermit eröffne ich nun den neuen PIKO Flagship Store, lade Sie ein, sich die Räumlichkeiten in Ruhe anzusehen und einen tollen Nachmittag bis 17 Uhr bei PIKO zu verbringen. Herr Eberhardt, wenn Sie noch mal kommen würden, dann schneiden wir wieder zusammen das Band durch. Schneiden, Vorsicht, Achtung, jetzt, jetzt. Vielen Dank und jetzt ist der Flagship Store offiziell eröffnet. Bitte kommen Sie und schauen Sie es sich an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.